Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh HEID KINNERKK00N Was geht denn bei Euch ab, warum ich heute Demolitionsspiele? Erstens, mein Frau kommt gleich, ich hab nicht genug Zeit Zweitens, ich lag grad was hoch. Möglicherweise ist mein Ping ultra schlecht Und da will ich natürlich nicht Matchmaking riskieren, damit dein Lobkack Penis High-Ping umzuspringen Und drittens, ich brauch ja auch noch ein paar Boxen Ich mach jetzt in der Woche oder so wieder ein Case Opening Ich hab ja Schlüssel geschenkt bekommen, für den Dank dafür nochmal Und ich brauch eh nochmal dafür die passenden Boxen Ich hab noch nicht ausreichend viele Boxen für die ganzen Schlüssel Matchmaking-Spiele dauern halt wirklich ewig Und ich will euch ja trotzdem immer meinen Fortschritt zeigen, also... Ja, Mr. Fucking Girl, I know it. Yes, he did. Trotzdem, gebt mir mal Vorsicht, sag mal Call-to-Action-mäßig einen Daumen nach oben. Jetzt schon, weil guck mal, wie gut ich fliegen kann. Ich frage mich ja auch schon wieder, was die Bombe da macht. Er war im Haus und hat nicht geplantet. Okay, ich verstehe schon. Ich hätte da eine Idee. Ja, wir müssen da lang. Ich habe Geld gefunden. Nein, die Bombe läuft weg. Er ist der beste Spieler. Er hat sie im Pick-Up verloren? Guck sie an. Der fickt uns jetzt gleich noch, Mann. Die Bombe wäre schon längst hochgegangen, aber nein. So, wenn ich jetzt regle, dann regle ich es. Ich kenne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, zwei gegen einen. Er schießt. Nein! Aber ich habe ihn noch einmal in den Fuß gefickt. Hoffentlich ist der Mate, der ist nicht 100 Kilometer entfernt. Naja, warum auch nicht, ne? Nein! Nicht mal weg! Ich wollte schnell weg! Oh mein Gott. Wie bitter. Also, Pam, Pam. Dieses scheiß Strunflint aber auch. Ich hasse es. Ich gucke um die Ecke, es ist niemand da. Na gut. Dann versuche ich mal aufs Boot zu springen. Und dann kommt jemand. Surprise, what the fucker? Aber nein. Stop the beat. Können wir ihn in sein Magazin erschlägen. Achtung. I have to go now. My people need me. Jetzt aber. Alter! What happened? Noch einer! Nein! 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 Das darf nicht wahr sein. Es kommt einfach noch einer. Und was mache ich? Nachwarten. Soll ich mal nach, als Profi. Komm mal, es geht noch für die Runde hier. Was wollt ihr sehen? Bank bestimmt, so wie ich euch kenne. Bank. Der Bank ist ja auch sowas wie ein Safehaus. Bank. Bank! Are you fucking curdling me? Da hat man eben den Server gewechselt. Ja, ich weiß, ich hab's drauf. Ich spiele jetzt kurz wie ein Pro, okay? Aber jetzt reicht's auch, weil es ist voll unangenehm, wie ein Pro zu spielen. Da muss ich voll konzentrieren. Ich werd geneift. Alles klar, ich versteh schon, Hurensohn. Aber gut, ob jetzt den Firefight mit der P90, der kann man nicht mehr als Sauerefeuer machen, oder? Oder hätte jetzt ein Pro so gemacht. Warte mal, ich mach den Tod. Hier liegt ne. Vor allem bin ich ein Pro, ich muss es wissen. Du, du, du! Ja, guck, was ist das? Ist das eine Bombe, oder was? Alex Netzhof. Drecksack. Wut. Wut, ja. Lauf zum Greif. Ben Hillmusik. Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele kann. Die Runden sind so eine Mischung aus, ich werde direkt sofort zerstört oder ich seh niemanden. Very good shot. Very good day. Warum mach ich sowas? Warum mach ich sowas? Soll ich mich da verstecken oder soll ich da hinten hingehen? Ja, aber ich denke sinnvoll nach. Ja, durch nachdenken habe ich das geschafft. Nur durch nachdenken. Yeah. Nee, nee, nee. Lock and load. Yeah. Scheiße. Oh Gott. Und da haben wir auch schon gewonnen, Kinders. War jetzt noch nicht so freundlich, aber jetzt kriege ich eine Kiste. Pass auf. Plopp. Oder auch nicht. Nächstes Mal dann, ne? Hallo. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.